Hallo und Willkommen zurück bei 7 days to die let's play together mit der Pibra und jedem anderen grüß euch. Wir lassen uns heute nicht wieder. Ah, da schau her, was ist das dort? Wolf! Ah, sie ist in der Wolf, sonst quält er uns. Nein, der tut sich gerade mit den Zombies spüren. Achso, und dann, wenn er sich so fünf spielt. Da hat man den Mund da stand, bei dem Carboard. Ah, okay. Da sind wir nicht mehr. Ah ja, genau. Ihr seid beide irgendwie... Achso. So, dann machen wir das gleiche da, aber dann haben wir schon mal den Eckansatz. Weil, ihr seht schon... Ich habe Angst, dass ich da runter... Ja, jetzt lässt der Wolf ab. Ich werde mich um die Tusse kümmern. Gut. Ich gehe auch gleich runter. Ah, nicht, dass sich der Wolf verfolgt. Ich treffe ihn nicht. Achso, ja, stimmt. Und dann sagt man natürlich vorher. Aha, er kommt retour. Gut. Ja, wir haben da ein bisschen Kisten sortiert. Wir haben ein bisschen geskillt. Und ich Waffenschmiede, die gibt halt glaube ich Rüstung und Werkzeug oder so. Ich bin... Das ist aber cool, dieser Vorsprung da. Ich treffe ihn nicht. Sorry, aber ich treffe ihn nicht von hier. Ah, ich habe da eine Ansammlung unter mir. Ja. Da ist sogar eine dicke, schöne Mama dabei. Ja. So, die ist erledigt. Die müsste erledigt sein, sagen wir so. Wolfi kommt retour. Ich stelle mich da her. Und vielleicht kann es zu mir locken und du schießt das dann wieder. Einer ist schon bei mir da. Äh. Aber ich schieße ins Nirvana. So, die... Kleine Zarte. Mit einem weißen Tütü. Die läuft da vorne, na hallo. Ja, dann lassen wir sie. Unter mir ist Wolf, glaube ich. Nein, zwei Zahnen ist. Ah, dann ist er beschäftigt. Okay. Wolf ist, glaube ich, mit den anderen mit. Shit. Okay. Dicke Mama kommt zu dir. Lass das Haus in Ruhe. Wir sind gerade bei den Renovierungsarbeiten. Hallo. Du hast Vertrauen in meine Bauchluster. Weil... Ich habe das Eck drauf und du bist gleich... Also, eine braucht und du bist gleich drauf. Hey, die alte liegt nicht mehr. Die braucht einiges Anfälle. Oh, ich habe das nicht mehr... ... der Anfälle. Ja. So, jetzt kommt die Mama dran. Also bitte nicht wörtlich nehmen. Wir lieben unsere Mauer aus. Vorher haben sie keine Ähnlichkeit. Ja, stimmt. Unsere Mütter sind eigentlich sehr zart und klein. Ich glaube, der ist jetzt auch endlich. Ja, da unter mir, glaube ich, hampelt noch einer herum. Ja, das ist die im weißen Tü-Tü. Schau nach oben, da kommt was. Also das Schlimmste mit der ist in einem Keller ohne Licht und Platz so ca. 3x 2 Meter oder so. Und dann versuchst du mit Pfeil und Bogen. Ja, das wäre, glaube ich, ganz schlimm. So, unter mir tut sich noch was, oder? Ah ja, schon wieder. Oder noch einmal. So, ist die jetzt erledigt oder nicht? Die Mama ist erledigt, ja. Soll ich doch nicht einen Schritt nach vormachen, wenn ich schon im Abgrund stehe. Die Tante. Ja, den treffe ich jetzt natürlich nicht, weil der ist in den Kadaver des anderen Zombies reingeklitscht. So, ich geh mal nach unten. Okay. Was ist er eigentlich mit dem Wolf? Weiß ich nicht. Ich hab mir gedacht, den hast du gemacht. Nein, der ist bei mir, weg unter uns Eck. Ja. Da ist er. Warte mal. Ich stell da nur meinen Blutframm her. So, schauen wir mal, wo der ist. Wolfi. Wolfi. Okay. Wo bist du, Döhle? So, da ist nicht... Oh, da hinten ist auch noch einer. Ah, da ist er. Da. Bei mir ist auch einer. Ah, ja. Ich sehe ihn. Na, das ist eh der. Waaah. Cool. Ich bin unten. Okay. Der ist voll auf mich fixiert. Waaah. Das ist auch noch eine Zunde. Wolfi erledigt. Super. Sehr geil. Ich kümmere mich da um den Zombie. Wo bist du denn runter? Da ist noch wo einer. Mhm. Der ist, glaube ich, im Gebäude. Kann das sein? Ich bin runtergefahren vor dem War. Na dann. Wir haben aber Gott sei Dank nichts gebrochen. Ja, das mit dem Fallschaden ist besser geworden. Was mache ich jetzt in meiner... Ah, da ist er. Rauf auf die Leiter. Der kann nicht auf die Leiter. Kommt er? Nein. Ich stelle ihm da ein bisschen ein paar Sachen im Weg. Das, glaube ich, bringt nichts. Sicher, er ist zumindest langsamer. Ich muss ja nur... Ich muss ja nur bis zur Leiter schaffen. Okay, er hat gejarrt. Huah. Wolfi, glaube ich, kommt. Kommt er? Ja. Ich bin oben. Ja, du kannst super runterschießen. Wenn ich nicht wieder runterfalle. Ja, der ist ja nicht da. Okay. Ja, er ist nicht da. Ich habe so Schiss von Wolf. Könntest du mal da drüben... Vielleicht steht er da unter dem... Wo unter dem? Nein, unter dem, wo ich gerade draufstehe. Unter dem Carport. Ah, da ist er. Ja, er hat mich gesehen. Also, von der anderen Ecke schaffst du ihn. Okay. Was du da jetzt... Wo läuft der hin? Er ist unter dir. Okay. Dann schieß mal. Ah ja, da ist er. Boah. Triff den einmal über einen Eingres rein. Soll ich auch in den Kreis laufen? Harbin? Ja. Und du, klar. Ich glaube, du hast ihn erledigt. Nein. Ah ja, da ist er. Oh, ist schon ganz... Sorry, aber ihr mögt uns nicht. Ja. So, aber jetzt. Runter. Ich würde nicht auf einen Wolf schießen. Nein. Bin und? Schau dich mal um. Ich schau mich um. Wolf. Echt? Nein. Hoppala. Ich bin gefallen. Das ist super. Oh. Ordentliches Fleisch. Cool. Ja, ich kommentiere das jetzt nicht. Was dann? Das Fleisch zum anderen Fleisch dazu. Aber ja, das ist... Das ist halt so. 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 Ja. Ja. Jetzt gleich hier mit uns gemacht. Ja. Jetzt noch einmal rauf, das Fleisch raus. Dann wäre jetzt also besser, wenn wir nicht da mit Fleisch herumlaufen. Mhm. Ja, die komischen Woodframs, die da herumstehen, hier oben am Dach, das ist schon so ein bisschen eine Einteilung. Ah, Kartoffelsaat. Ah, Splints. Mhm. Aha, nicht da rein. So, das Gewand verschmelzen wir da gleich rein. Aber das kommt mir das gleich nicht mehr. Und ich werde jetzt einmal Yucca-Fruits farmen, ne? Ja. Noch einmal. Ich werde beginnen, innen unsere... Nein. ...Woodspikes aufzustellen. Oh, dieses Haufen. Gott sei Dank ohne Peinbruch. Jupp. So, gleich rundherum säubern, denn ich will außen auch zwei Reihen haben. Ich sag's, wie's ist. Ja, ist okay. Okay, er schwebt. Ah, vermutlich wieder schwebt. Wer schwebt? Ja, die Leiche da. Also. Ja. Was? Wolf. Na, wo? Die Rache des Wolfs. Wo? Vorne? Hinten? Hinten. Fuck, 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 fuck. Fuck. Ich bin oben. Ja, und ich? Ja, du bist ja dringend. Nee. Na, dann bleib, wo du bist. Er ist hinten. Okay. Ich steh mit dem Rücken an der Wand. Ah ja, ich seh ihn. Sei so nett und kümmere dich. Ja, ja, ja. Ich hab so'n Schiss, Leute. Aber ist gut gegangen, das ist weggelaufen. Ich glaube, er ist schon tot. Schieß nochmal drauf. Ja, wenn ich keine Pferle mehr hab. Ähm. Okay. Kacke. Ja, ich hab keine... Warte, ich hol mir die Federn. Die Reservefedern. Äh, wo sind sie da? Ich hab halt Holz auch kaum mehr. Ich kann jetzt genau fünf Pferländer basteln. Ja, ist okay. Die werden... ...müssen reichen. Schiss. Ja, ich geb's zu. Wenn man ihn anschaut. Ich schisse. Zachary's Laundry Room. Ist das okay? Und? Was ist jetzt? Frag mal, was anders ist. Habe ich jetzt... Ach so. Ich halte auch schon noch weiteren, äh... Wölfen. Lebt er? Nein. Ich schieße jetzt den letzten Pfeil in ihn rein. Nein, der ist tot, glaube ich. Das ist ein Anzeigefehler bei mir. Okay. Steht er. Ich werd's merken... Aber er schaut sehr lebendig aus. Super. Ja, ich hab keine Pfeile mehr. Ja. Okay, wo ist er? Hinten. Dort, wo die Leiter ist, bei der Mülltonne, glitscht er. Gut, ich kann ja mal fast runter und schau mal, ob er auf mich losgeht. Ich kann ja sofort wieder rauf auf die Leiter, wenn's ist. Wir führen was auf, das ist sensationell. Okay, ich hab mich seitlich hoch gebaut. Äh... Ja? Ich hab keine Ahnung, was der macht. Es ist merkwürdig. Ja, dann glitscht er. Kommst du bitte? Ja. Oder weißt du was, ich baue da mal schnell einen Baum ab, nimm ihn. Okay. Ich muss ein bisschen Holz ab. Ich baue mir Pfeile. Er schaut dazu? Ja, er schaut dazu. Ist aber auch sehr interessant, was ich da mache. Ah, ja. So, jetzt hab ich zumindest 17 Pfeile. Also, mit 17 Pfeilen... Nein, der ist X. Der ist X, oder? Mhm. Ich geh jetzt mit dem Messer ran und zerleg ihm, dann sehen wir gleich, ob er zubeißt. Haha, das schaut cool aus. Alter! Alter! Diese Anzeigefehler in dem Gang. Oh shit, ich hab Hunger. Die machen mich fertig. Gut. So, ich hab mehr Frühstück, wir verspäte das drinnen. Und Fleisch habe ich natürlich jetzt da wieder, wieder rauf. So, bitte keine Wölfe mehr für heute. Und ich hab Hunger. Ja. Alles da. Okay. Juckelfruits da. Jede Menge. Ach, Aufregung am Morgen. Vertreibt, kann man sagen. Schön. Äh, jo. 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 Ah, das sind noch leere Gläser, oder? Passt die nicht mehr mit. Ja. Die sollten wir wieder befüllen. So. Bin wieder am Weg. Okay. Gut. Ähm, Juckelfruits. So, dann mache ich gleich mal das Wichtigste. Ich fülle die Gläser nach. Ich roll mein Klumpad weg. Eine Kartoffelsaat habe ich. Habe ich schon erwähnt, oder? Äh, 50 Clay brauchen wir für die Forge. Jawohl. Jawohl. Ja. Ich werde trotzdem dann Juckelfruits sammeln. Mhm. Gut, dann nehme ich die Schaufel und werde Klee suchen. Ja. Es ist, es sind jede Menge so Klee-Stellen, wenn du... Warte schon. Einfach auf dem Map... Richtung Kaktus-Steppe. Ja. Da ist alle da in der Mitte, also so ein... Es ist bei uns in der Nähe gleich ein Klee-Feld, also ist Katina. Die Steppe ist ja da gleich nebenbei. Jaja. Hinterm Haus. Mhm. Wir haben jede Menge hinterm Haus. Jede Menge. Kreuze hinterm Haus. Genau. So, und abwärts geht's. Ja. 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 Ansonsten ist das alles relativ gleich. Gute Gebäude waren auch ein bisschen unterschiedlich. Und die Apotheke steht eben nicht mehr dort. Hm. Ich komm wieder rot. Ja. Das ist ein Kommen und Gehen in der Hütte, oder? Hab's denn? Komm, der geht, komm, der geht. So. Ja. Das ist ein Kommen und Gehen in der Hütte, oder? gut naja dann werde ich innen als erstes die spikes setzen das gebäude halte wesentlich mehr aus als das holz zumindest dass wir mal zwei freien haben das dauert nicht lang diese gläser ab zu kochen und werde da hier oben schnell warten damit wir nicht das gesamte holz verbrauchen der verfolgungswahn wird schlimmer ja mit den wölfen jetzt das ist ja da wieder ein faktor mehr ja wenn dafür die hunde nicht wären wölfe schauen nicht kuschelig aus aber die hunde zu lange so klein habe ich gesagt brauche ich ein bisschen holzer wäre schon na bitte ich habe wasser gefunden sehr schön wenn man da richtung see rüber läuft kommt man relativ schnell laut sein wasser das dauert gar nicht lang ist gerade den hang runter da bei der stadt ja da haben wir ja jede menge auszuräumen mitten im zentrum ja ja und die gebäude da wird sicher einiges gekommen da kommt ihr weiter so ok passt fertig rausnehmen sollte es auch noch so das holz gehen wir raus und die sesseln legen wir rein so ein voller 15 ist drinnen vier volle habe ich bei mir und jetzt geht es an jucker ich sehe die schon machen so den baum nehmen wir damit wir brauchen ein bisschen holz so und ich setze gleich einmal spikes ja die tibra tools sind gefarmt und du ich werde auch noch leder rüstungen rüstung schmied genau schon die keule die 50er und den bogen ich habe momentan nur 50er werkzeug so war das mit dem clay vor meiner nase und abend erledigen so und da vorne ist wieder ein hirsch dann begeben wir sich immer in richtung des hirsch ist würde ich sagen so hat er ein klei haben wir noch pfeile ja 18 stück kammer bleib stehen hirsch so na wo ist das richtige kleefeld geradeaus da ist das kleefeld da sind die ressourcensteine da können wir sehr schön sehr schön alles vor der nase super hast du eigentlich aus die wölfe leder rausbekommen also haut das ist so fies wenn man mit dem bogen schießen wenn er zu weit ist bleib stehen ich merke es da da vor allem sobald er galoppiert es ist ein ding der unmöglichkeit den zu treffen überhaupt wenn er in bewegung ist so jetzt und dann einmal das kind passt und man legt es mit einem schimpf dann geht es ja passt super so ich werde noch schnell einen clay mitnehmen da so 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 Vielen Dank.